hallo und herzlich willkommen zum vierten teil unseres angezockt among trees wir haben jetzt unsere spitzhacke jetzt müssen wir mal ein falsches test jetzt müssen wir mal gucken das war dahin kommen das heißt es ist ja nicht direkt da das ist ungefähr da und da soll irgendwo dieses material sein was wir wofür brauchen für den kleber genau da brauchen wir mehrere von wieso drücke ich immer die taste weiß ich nicht so 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 hier kommt man aus durch scheint so scheint so so wir müssen da irgendwo lang rot rot ok ich bin wieder fit und Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, guck mal was hier ist Lime Mineral Okay, der eine ist weggeflogen, der ist dahinter gebackt Schade eigentlich, weil man braucht die glaube ich immer zu zweit Was ist denn hier? Ein Blueprint Eine Gießkanne Die Gießkanne Die Gießkanne Die Gießkanne Die Gießkanne Das war scheinbar schon alles, oder? Da habe ich hier noch irgendwas übersehen Nein Das war's 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 Ich weiß nicht, ob wir das noch für irgendwas brauchen Aber wenn's da ist, werden wir's wahrscheinlich irgendwo für brauchen Von daher Aber wir werden jetzt zusehen, dass wir wieder Richtung Heimat kommen Also das ist die Höhle Ja Mhm Das war's Das ist schon recht groß geworden Ja Und diese Ich wollte schon fast sagen, Ahornblätter Ja 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 Das war's für heute. Wir können uns ja eigentlich auch erst mal kurz zeigen. drum kümmern das war die gießkanne kriegen ich meine die brauchen wir dann auch nägel und schrauben schrauben haben wir keine dann machen wir uns welche wir haben die gießkanne so die sonne geht unter was wird nur herstellen kleber brauchen von diesen blättern noch welche da haben wir so da haben wir so so den kleber haben wir ich bin echt am überlegen was jetzt sinnvoller ist ich glaube das hier fehlen uns noch sieben klanken hat bisher ist sowieso noch hell können wir sogar zwar schon sonnenuntergang aber es ist noch nicht dunkel so 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 kommt ein baum noch schnell dann haben wir es zusammen gut wir haben alles gut einmal kurz schlafen und wir haben tag acht so haben ein nähzimmer ups wanderer aus aus und lerchen ausfüllen outfit bienenwachs acht stück im rucksack mit 14 bzw mit 16 plätzen schicko sticks diese fungus pilze alles kein problem und ich meine dieses nega das können wir unten machen ich meine da hätte ich schon was gesehen jawohl aus seil und fischgeräte um fischgeräte zu kriegen müssen wir angeln und dann können wir noch nicht weil die ist noch frei noch nicht freigeschaltet das heißt wir müssen den blut und finden aber jetzt gucken wir erstmal was wir hier soll es dabei haben das kann man nicht mal ausladen und was brauchen wir hier kleber metallplatten und und breiter kleber ja diese diese blätter das heißt wir sollten die auf jeden fall sammeln wenn wir jetzt das nächste mal rausgehen so nee so so nee nee so nee Schöne Suppchen und Nein, das bringt nichts. Einzelne Portionen. Okay, wir brauchen ein paar Stückchen. Okay, wir brauchen ein paar Stückchen. Okay, wir brauchen ein paar Stückchen. So, gut. Okay. Wo waren wir denn noch nicht? Da haben wir was gefunden. Da und da. Ich würde jetzt mal gerne hier so in die Richtung gehen. So, da lang. Ja. Aha. Hier, die brauchen wir dringend. Okay. 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 Hier sind wir schon bei der Höhle. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Okay. 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 So, okay. 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 . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso ist mein Inventar denn schon wieder voll, weil ich so wenig habe, deswegen. Es wird Zeit, dass ich einen Rucksack. Achso, das sind dann zwei Dinger mehr. Mehr ist das nicht. Okay. Okay. Und das ist jetzt, weil ich doof bin. Weil die brauche ich dringend. Und das ist jetzt. Was haben wir denn hier Schönes? Für ein Zelt, okay. 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 Okay, wir haben langsam wieder einen Sonnenuntergang. Okay. 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 Hier haben wir wieder einen Mast. Okay. Das ist der hier. Ich brauche Eisenrohre. Ach, ihr denn hier mit mir? Ja. Okay. 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 Zwei habe ich von denen gefunden. Zwei habe ich von denen. Zwei habe ich von denen. Das war's für heute. Das war's für heute. Vier Stück. Zwei habe ich. Okay. Dann schlafen wir dann erst mal. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen, da einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute.